Am nicesten ist die Stimmung wohl gerade beim Einzeldate. Was sind auch für dich Sachen in der Beziehung, die dir wichtig sind, die du gerne mit deinem Partner machen würdest? Im Grundsatz möchte ich halt wirklich auch gerne mal mit einem Partner zusammenziehen. Und nach dem sehne ich mich auch so ein bisschen. Kannst du da nicht von der Schweiz aus arbeiten? Süß. Ja, ich kann auf jeden Fall auch mal so Homeoffice-Tage, Remote-Office-Tage einlegen. Toll, toll. Gut. Du hast doch kalt. Ja, kalte Hände. Nee, wieso? Ich wärme dich. Hast du irgendwelche Erwartungen? An die Zeit hier? Oder an mich? An dich? Oder Wünsche? So ein Wunsch ist, dass du einfach ehrlich bist, aufrichtig. Und du? Hast du Erwartungen? Ansprüche? Einen Wunsch hätte ich schon, ja. Was für einen Wunsch? Einen Kuss fände ich hier ganz süß drauf. Okay. Oh, wir haben uns geküsst. Oh, wir haben uns geküsst. Du schlägst so. Ja. Wunsch gewährt. Find ich gut. doch wann mal ein Wunsch? Wunsch mit. Däune hoch umbauen. Schließlichworth für.